Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hunt Showdown. Auch mal wieder eine Folge aus dem Twitch-Stream. Und damit geht's los. Sag mal, kann das sein, dass bisher jedes Match gebrannt hat? Aaaah! Heute ist doch Freitag. Ich glaub, da haben sie noch 100%. Kann das sein? Könnt ihr den Event nicht vielleicht irgendwann mal wieder löschen? Der erste Tag war ganz nett, aber mittlerweile regt mich das schon wieder auf, dass überall brennt. Aber hat's im letzten auch gebrannt? Ja. Rein. Und im Südosten wird geschossen. Ja. Ist aber ganz weit weg. Sag mal... Oh, da ist ein... Himmelfisch, den muss ich kaputt machen. Ich muss doch Emulatoren kaputt machen. Na, wo sind die? Aaaah! Nein! Hast du eigentlich die 3-Eating ausgemacht? Ich hab nicht drauf geschaut. Tatsächlich. Hm. Gut. Daaa. Oh, wir können... Ich kann plätschen. War ein Pferd. Wo? Hinter uns. Äh... Da ist eine gestorben. Äh... Östlich. Da ist eine gestorben. Östlich ist... Nördlich ist eine gestorben. Oder nordöstlich. Aber hier drüben war auch irgendwo ein Fass. Vorsicht, ich hab hier was vermint, ne? Das hier mach ich auch. Dachte ich schon. Hä, das war eigentlich vermint. Ich kann in dem Moment durchlaufen, oder? Ja. Das wär sauber. Wo ist man hin? Wo war das jetzt in Lawson? Gerade eben. Ja, in Lawson ungefähr ist einer gestorben. Und da hinten wird weitergeballert. Das ist in Arden. Überall, ey! Krass! Und wir sehen wieder nichts. Da ist noch ein rotes Fass bei mir. Da hab ich nicht... Hab ich aber jetzt nicht von... Ja, ja. Chill, da brauch ich. Komm, ey, do. Batsch. Auf den Namen. Ja, ich würd's jetzt mal auch noch nicht vermienen. Wir könnten ja zu Lawson gehen. Vielleicht ist er ja da. Das ist mal ein Pimmel für euch. Ein Hinweis, den können wir noch mitnehmen. So. Ja, zumindest können wir da vielleicht noch einen Kill abstorben. Ja, aber gut, da müsste ja mindestens noch einer sein dann. Das ist nicht Lawson, gell? Ah ne, doch stimmt. Sorry, mein Fehler. Also nach Lawson willst du nicht nach Arden. Ja, Arden will ich schon später, aber weil hier grad ein Hinweis... Weil hier ein Hinweis ist drum. Ich glaub dann lauf ich schon mal Richtung Arden, oder? Da ist wohl einer oben. Da war einer oben. Da. Oben war einer. Ich bin schon wieder gestorben Richtung Arden. Ja, da ist einer. Da läuft einer. Er läuft nach rechts. Ich seh, ich komm dann leider nicht hin. Ist rechts runter gesprungen. Ist hier rechts runter gesprungen. Ja, hier ist der Hinweis. Äh, der, der... Der Dulli. Heißt. Was? Ja. Wo ist der hin? Der ist drinne. Hat den kaputt gemacht. Hier ist eine reingegangen. Wieso hat der mich sofort gesehen? Wo war das? Von drinnen? Nee, die ist sofort wieder rausgelaufen. Einen Schuss gedämpft. Auf einmal läuft die wieder raus. Nein. Außerhalb. Hinter der Mauer. Da ist die. Ja. Das gibt's doch nicht. Auf einmal läuft die wieder zurück. Die laufen da drinnen noch. Jetzt sind sie mich gleich an, oder? Alle. Heil dich. Ja, gleich. Ich brenne nicht. Ich brenne nicht. Upsa. Ja, das kommt drauf. Nur ein Kind. Die steht bestimmt gleich wieder auf. Wo ist die hingefallen? Ach da. Ja. Warte, wenn die wieder aufsteht. Oh, ein Solo. Ja, ja. Ich glaub die anderen kommen grad näher. Ist aber nicht rausgegangen. Ne, ne ist ja auch nicht. Ich hab nichts zum anzünden leider. Tun. Ich kann zwei Fallen drauf stellen. Oder machst du grad? Ne, ich raub grad aus. Ich hab die Verbands-Tasche wieder gekriegt. Wunderschön. Ich geh mal zwei Fallen drauf. Äh, normale. Wieso hat die eigentlich drei Schüsse ausgehalten? Ja, das versteh ich auch nicht. Beschlossenheit. Ja, die wird halt Resilience haben. Ah. Ne, Widerstandskraft. Hier ist einer. Ja. Ja, ja. Hier dahinter wird einer sein. Ja. Da ist einer dahinter. Gut, dass ich Giftimmunität hab. Alter, meine Grafik ist grad scheiße. Oh, schießt auf mich. Aus dem Gebäude, glaub ich. Nee, da musst du hier außen gewesen sein. Kann sein, aber aus dem Gebäude wurde geschossen auf mich. Aber die ist jetzt noch nicht raus, gell? Nee, nee. Die ist noch da, die wartet. Im Turm? Hab ihn. Ups. Oh, der hat auf mich geschossen, ein anderer. Wo? Auch vom Turm? Nee. Oh, die sind hinter uns. Die anderen. Weiß nicht, wo der war. Ich glaub, da unten war der. Der im Turm steht wieder. Ah. Das ist natürlich hier den perfekten Ding. Der steht wieder im Turm. Müssen wir den Necromancer haben, oder ist das ein Solo? Hä? Hä? Du bist angeschossen, oder was? Nee, nee. Der... Ich hab den gesehen, aber ich hab den nicht getroffen. Ist der im Turm noch? Der ist wahrscheinlich runtergegangen. Deswegen standen der kurz. Halt, warte, warte, warte. Hier, kommt jemand gelaufen? Ja. Fuck. Ganz nah. Oh. Oh, das war's Bounty Team. Mann! Jetzt, weil ich... Weil ich mich wieder verdrückt hab. Links ist er. Geil. Das andere war reiner Glück. Äh, reines Glück. Schießt dir vom Turm wahrscheinlich dich weg, oder? Und den anderen mischt hast? Ja. Jetzt müssen wir auf sie aufpassen. Jetzt kann ich mich wieder heilen. Ist hier irgendwo Heilung? Ich kann dich heilen. Aber das heißt, nee, Mann, ich hab ja noch. Die sind rausgegangen. Aber sie ist noch drin. Hier ist jemand ganz nah. Die sind raus, ja. Das liegt jemand. Wir sehen aber nicht. Ich hör aber was. Ach, das ist ein... So, die da drin haben jetzt aufgenommen, oder? Ja. Wir könnten... Ah, die hauen ab. Die sind weg. Ja, nehmen wir die aus. Die sind weg. Weckst du? Ja, niemand mehr. Ja. Nice. Ich würde da gerne auch wasen. Auf sie? Mhm. Aber die hört halt, dass du da rumläufst. So, aber kannst du mich auch... Also ich hab sie nicht rausgehen hören. Kannst du mich auch voll übertreiben? So. Bildmusketen war ja nett. Gut. Ja. Die war cool, die Runde. Also, nee, war halt ein guter, ähm... T... Äh... Ja, guter Rat. Nee. A good guess, aber wie sagt man's auf Deutsch? Ein, ähm... Gut getippt, ja. Ja. Ja, ich hab ganz viel wie ASD währenddessen getippt. Hä? Falltasten... Also, die Bewegungstasten. Wann? Weil ich ein bisschen gestresst war. Achso, zu dem Zeitpunkt jetzt. Ja. Alter, fünf Jäger, krass. Naja, sie zweimal. Dann hab ich den im Turm erwischt. Ausgeschaltet, getötet. Du hast einen erwischt und ich hab den anderen erwischt. Mhm. Ja, die ist dann raus, oder die war dann tot, oder sowas. Ah, das kann natürlich sein. Die war schon mal wiederbelebt. Ach, schade. Wenn ihr zugeschaut habt, würdet ihr auch denken, was flichst du... Oh Gott, jetzt bist du immer mehr vier. Und damit sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.